mmmm, meine Leute, Serplen hier. Heute geht's um die ultimative Frage, die ich mir seit ungefähr einer Woche stelle und zwar, ich habe rausgefunden, dass es so Sachen wie Keen gibt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, was wahrscheinlich ziemlich viele von euch Bastarden sein werden, Keen ist so viel, dass man quasi einfach das Ende von dem Schlüssel nimmt und einfach einmal langsam an einem Auto einfach vorbeiläuft und dabei den gesamten Lack einmal mitnimmt. Es ist mittlerweile so ein richtiges Problem in Amerika geworden. Es ist einfach wirklich ein großes Problem geworden, dass einfach irgendwelche alten Frauen oder so, wenn du irgendwie Stress mit denen anfängst, einfach an deinem Auto vorbeilaufen und langsam einfach mal rättsch, wenn du mal durch deinen fucking Lack gehen, Junge. Also, was zum Fick? Ich komme nicht dahinter. Was ist deine scheiß Mission, Junge? Mädchen, was auch immer du bitte schön sein willst. Es ist halt, es kommt nicht in meinen Kopf rein. Warum ist man so jemand? Ich check's einfach nicht. Was gibt es dir für eine Befriedigung in deinem fucking gefickten Gehirn, wenn du einfach einmal mit einem Schlüssel über das scheißteure Auto von jemandem gehst? So, absolut sinnlos. Vor allem, es ist so easy, jemanden dafür anzuzeigen. Es ist halt lächerlich. Naja, es kommt eh mittlerweile langsam nach Deutschland. Heißt, ja, dann noch mehr soziale Leute. Ja, man merkt den Sarkasmus irgendwie ein bisschen raus aus dem letzten Spruch. Naja, aber das Video ist eh ein bisschen kürzer. Danke fürs Anhören, ne, ne, dermoniert mich, disliket mich, entbehmilt die Glocke. Vergesst nicht fucking toxisch zu bleiben. Und jetzt wurde ich immer sehr wahnsinnig.